moin ich bin wieder der haben so und bin hier ganz dicht an einem schwein dran und ich habe ein ganz ungutes gefühl es grunzt hier schon ich weiß jetzt echt nicht wo es ist aber es muss direkt vor mir sein und ich krieg ja so kribbel im magen ich kann es nicht da halleluja halleluja wenn du jetzt noch lebst dann weiß ich auch nicht warst du das ja du bist du das war ja einer die witzgang dichter ging es auch nicht 5,6 meter na guck ein schwein so und war das jetzt noch die känguruspur die ich verfolgt habe oder was ne das war das schwein das ich verfolgt habe dann werde ich mal diese spur beibehalten sprachsum drückte auf den hand das ist ein schuss nicht mehr war da was und die waren nur ein feld und die nicht gesehen habe ich dachte gerade ich dachte gerade schon ich gehe jetzt auch auf direkten wege zum blockhaus extra denn ich sehe hier was auf sicht es wird ja auch schon duster aber das sind jetzt hier wieder schweine das hier sind wieder schweine das hier sind wieder schweine jetzt für und ja ich habe noch einen känguru gehört aber sicher doch es ist 17 uhr es fängt an duster zu werden hier in australien wird es ja meist um 18 uhr dunkel vielleicht sehe ich auf dem weg zum block aus hier noch was wir schwein ich will doch kein schwein mehr alles schwein hier mein und die ist so hat das hier sind jetzt auch mal hier in der nähe da bin ich ja mal gespannt Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich mir da noch was über den Weg läuft hier. Da hinten ist mein Hof, da sind wir zuhause, da wollen wir hin. Ja, die sind ja ganz in der Nähe. Oh, bin ich froh, bin ich glücklich, ja, daheim. Einmal quer über den Maps sind wir gewesen. Junge, das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich gehe doch ein bisschen schneller. Ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, ich will nach Hause. Oh, das hat sie gehört. Ne, das ist da hinten, da bin ich nicht mehr hin. Ich suche jetzt einen Übergang, ich will nach Hause so schnell wie möglich. Ich kann nicht mehr. Muss ich hier nur noch einen Übergang finden. Kann ich hier durch oder laufe ich mich hier fest? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Oh, ich renne jetzt mal. Ich will nach Hause. Ich renne jetzt mal. Ich habe keinen Lust mehr. Ich will nicht noch eine Zeit aufzeichnen müssen. Ja, und das war jetzt die letzte Folge, aber wirklich hier. Gott sei Dank von meiner Jagd. Wir waren fast sechs Stunden unterwegs. Nicht ganz, ich lüge jetzt. Es ist jetzt 1.15 Uhr nachts. Wir sind um 19.46 Uhr angefangen. Also, meine Herren, wir haben fast fünf Stunden aufgezeichnet. Ich bedanke mich bei allen, die sich diese Staffel hier angeguckt haben. Dasselbe plane ich dann irgendwann in ein paar Wochen mal. In den französischen Alpen. Ja, wir sind zu Hause, wir haben es geschafft. Wir können ja jetzt mal gucken, was wir ausgefressen haben. Wir sind hier gestartet und sind dann hier einmal ganz rum. Hier haben wir zuerst mal Schweine geschossen, dann ging es hier los. Hier haben wir Kängurus geschossen, dann ging es hier weiter. Hier haben wir auch Känguru und Schwein geschossen. Dann haben wir hier jede Menge Füchse. Wir haben acht Füchse geschossen und Kaninchen haben wir hier geschossen. Das waren aber nur fünf, das war nicht so viel. Dann ging es hier durch. Hier haben wir nochmal wieder Füchse geschossen. Hier haben wir nochmal einen Känguru und so weiter und so weiter. Ich bin glücklich, dass ihr das mit mir durchgehalten habt. Ich freue mich auch. Ich bin hundermüdig. Ich gehe jetzt ins Bett. Und ja, also wie gesagt, es war toll mit euch. Vielleicht fangt ihr auch toll mit mir? Egal. Das ist mir eigentlich auch egal. Genau. Ich mache ja diese Liste, was mir Spaß macht. Vielleicht machen wir noch mal was zusammen und machen denn diesen Mittelteil hier. Das hier. Hier waren wir ja noch gar nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt alles Gute. Und wenn euch das wieder fragt, was wir haben, was wir haben, was wir haben, was wir haben. Ja. Denn schau doch den nächsten Teil an, wenn ich wieder The Hunter, L.S. oder Vitales Principles spiele, was hier auf Garantie der Fall sein wird. So. Bis dann. Winke.